Hallo, ich begrüße euch zu unserem heutigen Bodybuilding-Schnellkursus. Als erstes eine Übung für den Bauch. Für eine schöne, wohlgeformte Brust sorgt diese Kurzhandelübung. Man beachtet die 7-Kilo-Handeln beidseitig. Weil auf unseren Schultern auch eine ganze Menge lastet, diese Kurzhandel-Curls. Kurzhandel-Curls stehend trainieren den Bizeps, kinderleicht, wie man sieht, auch mit 7-Kilo-Handeln. Kurzhandel drücken, wie diese Übung sich nennt, trainiert ebenfalls den Bizeps und die Schultern. Kurzhandel-Überzüge trainieren den Latissimus-Muskel, der sich unterhalb den Schulterblättern am Rücken befindet. Eine nicht ganz so leichte Übung für die Schultern. Seitheben. Deshalb auch nur die 3-Kilo-Handeln. Seitheben vorgebeugt, ebenfalls für die Schultern. Für Schultern und eine gerade Haltung, Front heben. Gehen wir über zu den Beinübungen. Hier Bein-Curls, die den Oberschenkelmuskel trainieren. Hier mache ich Bein-Strecken, was wiederum den Oberschenkelmuskel vorne trainiert. Beim Ausstrecken fest kontrahieren. Eine Übung für das Gesäß und die Taille. Bein senken. Bein abheben, speziell für die Taille. Zum Schluss noch eine Übung für den Bauch, Sit-Ups genannt, die man auch gedreht für die Taille machen kann. Eine Entspannungsübung. Hoffentlich hat es euch gefallen. Schauen Sie bald wieder rein. Euer Evelin Euer Evelin Euer Evelin